Wir sind in den Kinos unter der Kolonatsche Fibralgeschichte, das ist ein Rauner, das Ritz-Hocker, in den 70ern in Hamburg, also da, vier Postfühle. Ich habe ja diese Kampagne, so lange man sieht ja dann wie das Kino. Also es ist zum nächsten Mal wieder, aber alle Leute aufhören, der ihr Auto geht. Da sind wir noch ein Ausgang aus dem Kino, wenn wir das unterkamen. Ja, auch da so viel Leidens, da sind wir so gut, wie der so frei auf sich nimmt, wenn die Kino zu leiden, dass der Tag geht. Ja, auch da so viel Leidens, da sind wir so gut, wie die Kino zu leiden, dass der Tag geht. Ja, auch da so viel Leidens, da sind wir so gut, wie der Tag geht.